In diesem Video spielen die Craft Byer und ich Bad Force, aber wir sind wirklich OP. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal. Let's go! Ey, ich finde es egal, fällt gar nicht auf, echt. Ja, jetzt fällt es nicht auf. Stimmt, stimmt, es fällt nicht so auf. Sieht nur ein bisschen komisch aus, aber fällt nicht so auf. Ich würde es nicht denken, wenn ich jetzt das nicht denken würde. Wollen wir die Betty Fans noch verbessern? Lass auch wieder draufsetzen. Ich habe hier Dias. Äh, bessere Forge. Ja, würde ich sagen. Oder Geschäftsschwerden. Such dir was raus. Nee, das ist die Forge, kostet auch noch viel Dias, also die nächste. Ich weiß, ich weiß. Das ist gut. Ja, ich gehe mal in Richtung, wo du immer willst, okay? Hm, du hast. So, jetzt wäre das gar nicht mehr auf. Ich habe schon zwei MRIs. Ich habe zwei Dias. Ja. Ich habe eins der wenigsten Teams mit noch Koffen, by the way. Sex. Ich bin jetzt auch mal in die Mitte gegangen. Ich habe ja was in Trap. Das ist 8. Oh mein Gott, das wäre ich runtergefallen. Okay. Ich habe 8 Arzt. Das heißt, wir können... Das wird nicht funktionieren. Ich gehe mal zurück, was? Das wird überhaupt nicht funktionieren. Ähm. Grün ist tot, gell? Ich bin also 19 inches, ja. Ich baue es hier die Trap in, okay? Hm, ja, mach halt. Mach, wie du machst. Du musst halt dann gucken, dass du da nicht reinfällst. Dann hast du ja geschrieben. So, dann ist die Blau. Da kann ich auch noch Ressourcen gönnen. Was ist das im Endgame drin, Kollege? Den Nachbarn auszulöschen früh ist so wichtig. Das ist wirklich mein Ende. Also, war mir eigentlich schon immer klar. Also, nicht immer klar, aber... Oh, ich habe so viel Ressourcen, wenn ich wiederkomme. Also, ich habe es erst mal alles gesaved, aber... Ich baue mal das Bett ein. Ich hole ein bisschen Hobby. Ja, aber lass das dann lieber wirklich um, dass das echte Bett rum rumhäuert. Ja, klar, das meine ich. Das ist schon... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist schade. Ich bin auch gerade mit... Ich habe genügend für einmal Hobby. Also, für vier. Okay, ich habe auch noch mal zwei, das weiß ich... Und da haben wir auch noch mal zwei. Ja, dann haben wir noch mal... Da haben wir gut. Da haben wir, glaube ich, schon. Ich habe leider keine Blocke mehr, aber... Ich habe nicht mehr. Jetzt sieht es aus, als hätte Upgrounds angegriffen. Ja. Oder Blau, keine Ahnung. Wie kommt man hier nochmal durch? Äh, guck einfach seitlich so drüber. Ah. Jetzt kannst du auch im Sprung schaffen, aber ich habe es mal den Block da. Okay, ich kaufe es jetzt dann, ähm, Hobby. Ich habe vier. Und? Da... Hast du gerade noch Dings? Hast du... Ah, passt. Ja, man hat mich gerade alle ausgegeben. Ne, ich brauche nur eine Spitz... Äh, eine Axt. Ich könnte mir halt auch die halt gut mitkaufen. Das wäre, glaube ich, sogar lohnend. Oder? Ja, hast du nicht noch Hobby? Ne. Ich habe mir lieber die halt gut mitkauft. Okay. Aber ich habe eine Menge Ressourcen... Also ich habe noch eine Menge Gold und Iron. Ich könnte mir einen Bogen kaufen. Genau. Mache ich jetzt auch. Wir könnten uns auch einen Iron Golem kaufen. Einen Melonen Golem? Genau. Wir haben zu viele Ressourcen, ganz klar. Ja, halt Ultra. Wir haben jetzt auch eine Forge hier drin, ne? Die uns Emeralds bringt. Ja. Okay, ähm... Dann warte ich nochmal schon wieder an Emeralds. Das ist ja schön. Ja, der hat ja nur No-Equipment. Ich habe auch einen Bogen oder so. Ah, Aqua ist aufgetaucht. Ja, ich kann auch von einer anderen Seite. Und ich wollte nicht runterfallen, deswegen. Ah, ich habe schon. Ich habe aber halt noch oben verloren. Weißer-Equipment-Volz. Weißer-Equipment-Volz. Ja, nein, das weiß ich schon. Ich habe weiß. So, jetzt brauchen wir noch oben. Und wir müssen sicher. Hm, Mayonnaise? Keine Plan. Weißer-Equipment-Volz. Es gibt noch... Hä, weißes-Betal einfach auch noch. Soll ich einfach mal unsere Smaragdien-Equipment-Volz? Schildes-Weißer-Betal noch? Weißer-Betal noch? Ach, lol. Ja, ja. Ist unser-Betal schon mit Obby? Ja. Jo, okay. Weißer-Betal oben, glaube ich, noch nicht ganz, oder? Wollen wir dann... Ja, das ist das ja auch noch mit Obby umbauen, hier, oder? Ich meine, wir haben genug. Ich baue in die Mitte auch noch Obby. Ich baue in die Mitte auch noch Obby. Ich baue in die Mitte auch noch Obby. Ist auch weit. Ich baue den Kern aus Obby und alles in Obby, genau. Ja, hier haben wir jetzt zweimal halt eins da. Aber das ist okay. Wir haben zu viel Ressourcen eingefallen. Ja, aber ist doch sick. Ich komme einfach noch mal am Boden lassen. So, ich gehe jetzt noch mal rein. Ich habe fünf Dias. Ich kaufe uns mal... Ach, haben wir schon. Ey, wir sind voll gut in der Runde dabei. Bonscht-Armor. Dann gehe ich noch mal rein. Ich komme auch noch mal mit. Also, ich bleibe ein bisschen so auf unserer Ruhe. Oh, hier fehlt noch Obby. Ich weiß. Soll ich kurz kaufen noch... Ähm, ja. Ich könnte mir mal eine nice Picke. Ein nice Schwert auch wieder. Von denen. Ich hätte mir noch Glöcke kaufen müssen. Ja, dann bleibe ich kurz defensiv, okay? Nö, ich bin tot. Brrrr. Warum bist du gestoppt? Ich habe mich verpearlt. Also, ich habe mich schon richtig gepearlt, aber bin in der Wand gebackt. Und bin dann halt hier. Ja, aber weiß hat halt Obsidian. Wollen wir nicht vielleicht zuerst Aqua zerstören? Und woher geht? Ja, können wir machen. Ich kaufe mir noch mal. Ich kaufe mir noch mal. Ich kaufe mir noch eine bessere Axt. Eine Spitzsäcke. Wie viel Gold haben wir? Äh... 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 Ich kaufe mir noch eine Spitzsäcke. Du meinst, die Glocke, die ihr da geplästet habt, wirklich abgebaut. Wen gibt's denn noch? Äh... Nur ihn. Ja, aber ich überlebe das noch. Also, ich bin jetzt tot, aber unsere Besserung ist dann nicht zerstört. Aber ist gleich, also... Komm lieber mal wieder. Ich habe immer so viel. Hä? Ja, die werden Automatikopferenzersatz. Ich habe doch die ganze Zeit von Besserstörung geredet. Was hast du denn eigentlich gesagt? Ja, ich habe die... Ich habe die... Ich habe nur ein Wunschwert, aber ich habe einen Wunschwert. Ich bin tot. Ich habe auch nur einen Holzschwert. Also, du musst mir jetzt helfen. Ich finde schade, dass die Besserstörung so früh kommt. Aber das soll ja auch... Er hat einen Trank getrunken. Jampo ist sofort. Helft mir jetzt. Er ist in der Trap, aber jetzt nicht mehr. Okay. Wo bist du eigentlich? Ah, ja, ist das. Das wird ein epischer Fight, das, ja? Voll los. GG. Okay. Das war... Okay. GG. 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 Vielen Dank.